Willkommen zu einem neuen Video. Seit gestern Abend ist es offiziell. Union Berlin steigt das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga auf. Erstmal schon mal Glückwunsch an der Stelle. Also es wird das erste Mal seit Jahren wieder ein Berliner Derby in der Bundesliga geben. Das gab es ja schon eigentlich schon Jahrzehnte. Nicht mehr. Ja, was lässt sich über die Mannschaftsleistung sagen? Ja, gestern, die haben das 2-2 im Hinspiel, haben sie sich erkämpft. Und gestern haben sie einfach ein 0-0 mit sehr viel Glück über die Zeit gerettet. Aber das gehört halt auch irgendwie dazu. Sprich, weil der VfB hatte zwei Abseits-Tore. Einmal Videobeweis und Union Berlin hatte einfach mehr Glück als Verstand. Aber ja, ich denke mal, Union Berlin sollte das egal sein. Weil sie freuen sich jetzt einfach in der Bundesliga zu sein. Ja, hat Union Berlin Chancen in der Bundesliga zu bestehen? Aus meiner Sicht haben sie es. Die haben aus meiner Sicht wirklich Chancen in der Bundesliga zu bestehen. Wenn sie jetzt halt an gewissen Ecken und Enden noch ein bisschen nachbessern. Wenn man vielleicht auch zwei, drei Bundesliga-erfahrene Spieler, also wirklich welche, die über Jahre hinweg Bundesliga gespielt haben, noch an Bord holen, dann könnte das wirklich gut funktionieren. Und den richtigen Trainerstab für die Bundesliga haben sie ja schon. Das richtige Umfeld haben sie schon. Sie haben ja auch, ja eigentlich, von fast auch die richtigen Spieler. Es müsste halt nur etwas, wie ich gerade erwähnt habe, nachgebessert werden. Ja, schreibt mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Vielen Dank.